Hey Leute, hier sind wir auf einer Unterbindung von den Two Epic Buddies und heute gibt es ein 1 gegen 1 mit der Sniper auf einer CSGO-Map eigentlich, oder? Also zumindest ist die von dort. Genau, das ist so eine richtig geile 1 gegen 1 Map und ich habe die irgendwo gesehen. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen gegeneinander snipen. Oh mein Gott. Ja, wir seht, wir sind nicht warm gespielt und einfach schlecht wie Scheiße. Ja, Mann. Genau das. Aber auf jeden Fall, das ist eine quasi erprobte, richtig geile 1 gegen 1 Map. Oh mein Gott, was passiert mit meinem Charakter? Ficke Farbenfroh, was hast du gemacht? Ich weiß nicht. Hat übelst rumgepackt. Oh nein. Jetzt endlich. Wir sind halt echt so scheiße. Das ist 1 zu 1. Ich will auf jeden Fall heute nicht verlieren. Na, ich auch nicht. Oh nein. Der war nice, Mann. Okay, dann bist du da hochgesprungen. Ich hoffe, die Spons sind so, wie ich denke. Oh nein. Ich treffe absolut gar nicht. Ja, ich treffe auch wirklich nicht. Das spawnt. Was? Hitmarker. Nein. Als ob, Mann. Du bist ja direkt neben mir gewesen. Ja, Mann. Mich hat das auch richtig hart verwundert. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Hitmarker. Lächerlich. Du bist jetzt nach unten gesprungen. Ich habe Angst. Oh nein. Ich bin so kacke. Oh. Ey, Mann. Ich probiere schon die ganze Zeit, dass ich hochkomme. Okay. Oh, wa? Wahrscheinlich spawnst du da. Oh Gott. Bist du da rechts, ja? Oh, was? Wie schnell ich gewohnt wurde. Oh Gott. Oh, fuck, Mann. Das Schuss war direkt auf. Nein. Ich habe Angst. Oh Gott. Ah, du bist da hinten. Ey. Was soll ich denn machen? Die Spawns verwirren mich. So. Spawne ich jetzt immer quer? Ich weiß nicht. Oh Gott. Verstehe ich es nicht. Ich bin irgendwo unten mittendrin gespawnt. Anzeige es aus. Wirklich? Geh dich doch hoch. Ah, ich sehe dich. Nein. Hallo. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Oh Mann. Ich finde die Gänge da unten richtig nice. Die verwirren hart. Äh. Bist du hinter mir? Ja, ich bin unten durchgelaufen. Ey, Mann. Outmoved. Oh Gott. Was soll ich denn tun? Ich hasse die Locos ohne Thermal. Oh no. Wenn Thermal so richtig kacke. Oh Gott. Thermal Beste, Mann. So. Und du bist ja jetzt wieder gespawnt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du kommst von da unten. Oh no. No. Ey. Oh Gott. Digga, Mann. Ich hasse es einfach, dass mein Visier nicht in der Mitte bleibt. Oh. Oh was? Ich habe gerade abgedrückt, Mann. Äh, ich check die Spawns nicht, Mann. Der wird spawnt und da man... Ja, aber in der Mitte, wenn man in der Mitte ist, ist es eigentlich richtig kacke. Weil man weiß nicht, wo der andere kommt. Hm. Hallo? Hallo? Du warst hier. Hä? Digga. Oh Gott. Ich hasse es. Mein Visier, die ganze Zeit auf und ab, auf und ab. Wie so ein Epileptiker. Oh no. Das Hitmarker im Kopf, ich seh nur ein Schädel, alles klar. Nein! Und ich bekomm auch noch meinen Hitmarker hinterher. Ich weiß auf jeden Fall, wo das bronzt. Ja. Und ich treff nicht, oh Gott. Endlich, ein bisschen Aufholjagd muss auch sein. Was? Oh, Noskop Hitmarker, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Hey! Ich war so drauf, Mann. Shit, Mann. Hä? Hast du gerade geschossen? Vielleicht. Oh. Wo bist du hin? Bist du da noch? Was? Ich hätte so hart gescoped, Mann. Ja, ich auch. Oh, was? Jetzt hole ich aber wieder auf. Ich war ja schon ganz schön weit hinten eigentlich. Wo bist du? Was? Ich war zweimal sowas von drauf, Mann. Das 13 zu 13 Ball. Oh no. No! Oh, easy. Kann man eigentlich Wallrun? Vielleicht? Nein, man kanns. Okay. Wo wolltest du Wallrun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich wette, du siehst mich halt. Wo plimmelst du denn rum, Mann? Ich lauf die ganze Zeit rum. Oh no! Dieses scheiß Autoclim. Ich bleibe ich nur auf alles. Kann man nichts tun. Oh! Das Wallrun war da aus, Mann. Nein! Nein! Ich wollte gerade schießen. Ich hatte schon wieder Autoclim. Was? Wie du mich instant triffst. Ich gehe da down. Eigentlich müsstest du dort nochmal gespawnt sein. Vielleicht. Jetzt mache ich mal so einen richtigen Niggi-Move. Wieso? Mhm. 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 Kannst du den Niggi-Move? Nein! Los, go! Oh no! Komm her, komm her! Nein! Ey. Oh Gott. Komm, wo bist du? Nein! Hinter mir bist du da hochgeklettert? Ja! Nein! Ich treffe wieder nicht. Nein! Oh mein Gott, hab ich verkackt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich ziehe durch. Kein Bock auf dich. Los, go! Los, go! Los, go! Nein! Wie du da rotest, leidest, Mann. Das ist so lächerlich. Oh mein Gott. Was du kassierst. Einmal steht da hinten. Du setzt er zuerst den Schlag ein. Und dann verlier den noch. Oh fuck. Es ist so schwer zu treffen. Oh! Der Knie wie so ein Knecht. Da gehe ich in Führung voll. Oh! 19 zu 17. Was ist los? Komm zu Papa. Nein. Nein! Ich schieße zweimal daneben. Fuck. Ey. Ey, wo bist du? Weiß es nicht. Ich auch nicht. Du musst irgendwo schon wieder unten rumkriechen. Ja, du auch. Weil ich sehe dich oben nicht. Nein. Du bist nicht oben. Nein. Vielleicht bin ich ja hinter dir und laufst du die ganze Zeit nahe. Ja, genau. Alles ab. Nein. Nein! Fuck. Nein! 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 Die Frage ist, wo kommst du jetzt her? Oh was? Ich gebe einen Hitmarker. Nein! 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 Da ist die Führung zurück. Es war so klar. Ich wusste diesen Scheiß-Zigoyner-Spawn. Ich ziehe durch. Ich gebe mir nicht das Head-Kids-Battle. Warum hast du da keinen Bock drauf? Nein! Ja, da wartet. No Scope. Hansel, geh es raus. Oh, Hitmarker. Habe ich jetzt aber nicht so Bock drauf. Ja, was soll ich tun? Dieser Hitmarker schon wieder. Aber man schießt richtig weit auf der Map. Die Entfernungen sind richtig groß. Kommt mir sofort. Ja. Fuck. So, unentschieden wieder. Ich glaube, ich muss mehr boxen. Nein! Ich komme da von hinten. Du bist quasi an mir vorbeigelaufen. Das war richtig krass. Du hörst mich jetzt schon so oft von hinten, Kildmann. Ja, wie cool ist das denn? Was denn? Ich bin da hochgeklettert, Mann. Nein! Hitmarker, Lächeln. Autoklad, Mann! Das hat schon wieder rumgeparkt. Sieht man das eigentlich bei dir? Bei mir packt das auch immer rum. Das ist genau bei der komischen Kante. Mhm. Da hat Head-Kidsch keinen Bock drauf. Ich hatte keinen Bock. Hallo. Oh. Ja. Was ist denn? Das. Ich bin hinter dir. Mhm. Ich bin hinter dir. Nein. Oh no. Nein. Ich bin weg. Nein! Ich war so drauf, Mann! Hey was sind das? Das sind eine Leiter da in der Mitte? Ja, das ist richtig. O mein Gott! Gut das du geschossen hast. ハッ! N kind-Head-Kidsch, ich habe dich ganz genau gesehen. Swing! Ey, wie ich wegfliege, Mann. Das ist der Head-Kidsch... Hm. Ey! Was parkt mich das? Ah, das Graue sind Leitern am Rand. Ja? Deswegen parkt das rum. Warum mach ich dir da Leiter draus? Wo bist du denn, Mann? Da ist es nicht. Denkst du an einer scheiß Leiter? Hallo! Hä, wo bist du? Ich versteh es nicht, von wo du jetzt gekommen bist. Ich war gerade noch neben dir. Hab dich gesehen, auf einmal warst du weg. Ich darf es nicht. Oh, Mann. Nein! Er geht auch da unten rein. Oh, shit. Hey, wo bist du schon wieder? Nein, ich weiss, wo du bist. Ach so? Jetzt nicht mehr. Ich lauf irgendwo rum. Ich hab Angst, dass du hinter mir bist. Ja, ich auch. Ich dreh mich die ganze Zeit in die Karahui da oben. Oh, Hitmarker, Mann! Nein! Zehn Sekunden! Zehn fucking Sekunden! Oh, no. No! Nein! Da ist es! Oh Gott! Ich hab auf die Uhr geguckt. 0,6 Sekunden waren drauf. Ey! Absolut Last Second. Fuck, Mann. Aber das bockt übelst auf der Map. Die Map ist echt nice. Ich glaub, wenn man noch mehr Leute... Ja, auf der Map wäre das auch cool, weil dann ging's das richtig hart ab. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich würd sagen, das war's mit dem 1 vs. 1 Battle. Wenn ihr irgendwelchen Vorschlag habt, mit welcher Waffe wir als nächstes so ein Battle machen sorgt, dann schreibt's einfach in die Kommentare. Und ja, ansonsten würd ich sagen, wenn's euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Und Benni, hast du noch was? Ne, haut rein. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.